Auf den Marco, 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 Marco! Jawohl! Das heisst, mehr als 7 Aufwertungen? Sexy, Mann! Sexy! Schiess! Oh, fick dich doch! Was ist das für ein geiler Scheiss! Ich glaube, da brauche ich ein paar Tage, um zu überlegen, wie ich das Team aufstellen will. Schau das, Timo, ich finde es so hammergeil. Meine Sinkünste sind auch toll, vor dem Herr halt ich schnurre. Hallo! Juhu! Was ist das für ein Bursche! Hey Leute, ich bin Martin und herzlich willkommen zurück zu Marco Strella Superstar. Wir hatten 7 Aufwertungen. Und schaut mal, was ich daraus gemacht habe. Es ist der absolute Wahnsinn! Schaut es mal an! Ich konnte Aufwertungen machen, die einfach gestört sind. Schaut mal, wir haben jetzt im Team den Bale, den Toni Kroos, den Modric, den Iniesta. Vorne auch noch der 2nd in Form Neymar. Und hinten haben wir wieder den Lahm. Wir haben noch den Hummels, der ist geblieben. Wir haben aber den Team of the Year fucking Neuer. Und den Team of the Year Ramos. Und links noch eine in Form Tremolinas. Das ist voll geil, Mann! Ausserdem habe ich auch die ganze Formation umgestellt und alles drallen lassen. Und wir haben jetzt Jogi Löw als Trainer. Das Team ist komplett neu! Wir haben jetzt auch eine 82er Wartig. Ich bin so gespannt, was wir jetzt für Gegner bekommen. So verdammt gespannt! Habe ich übrigens noch, dank meinen lieben Kollegen und Kolleginnen, ein komplett neues Mikrofon. Und ich bin verkältet. Wegen dem tut meine Stimme auch relativ komisch. Ich will jetzt einfach sehen, wie sich das Team spielt. Das muss der absolute Wahnsinn sein. Schau mal, wie allein der Marc dort aussieht. Aber er ist immer noch der zentrale Spieler. Wir haben noch vier Spiele. Und dann geht es schon ins Turnier. Er hofft einfach so fest, dass ich noch ein paar geile Goals machen kann heute. Und ein erster Gegner ist gefunden. FC YOLO heisst sein Team. Teams werden natürlich auch immer besser. Aber das ist schon gut. Der hat ein ziemlich ähnliches Team wie ich. Ich glaube, so gut ist der andere Spieler, nicht. Weiter legen und jetzt rein. Ja, auf den Marco! Marco, 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 Marco! Yes! Er hat da Rasiske. Sicher den Modric. Schau, wie alle geil tanzen. Wer ist das? Ist das wirklich der Modric? Ich glaube, das ist wirklich der Modric. Hahaha! Wichtig! Baile. Whoo! Das spielt sich so gut. Und ich muss jetzt sehen, was ich mache. Was macht ihr? Ah, der Pipi muss sich jetzt gut anstrengen, wenn er hier bestehen will. Komm jetzt. Marco, spiel den Bass auf den Modric und der macht einen... Oh, fuck, hast du das gesehen, Mann? Ey, das ist einfach unglaublich, wie die sich nur schon von alleine durchsetzen gegen einen Gegner. Wenn er zu meinem Goalie kommt, dann ist das ja immer noch der Team of the Year Neue, der dazwischen steht. Schau mal diese Safes an! Ja, Bail, du magst laufen. Schau mal, der kann den einfach stehen lassen. Hey, faul! Ja! Ja, ohohoho, ein Direktschuss! Hey, ich bin einfach nur noch beeindruckt von dem Ganzen. Ah, fuck! Fuck! Huia! Der Neue ist einfach stark! Das habe ich noch nie gesehen. Hey! Schau mal das an! Keiner geht rein! Ich bin im Fall ohne Seich komplett überfordert davon, wie gut sich die Mannschaft spielt. Schau mal das tiefe Bassli auf den Marco! Schieß Marco! Oh, fuck! Oh, fuck! Das musst du machen! Jetzt komm Marco! Eieieiei, das war der schlechte Fuss, oder? Haben wir den Rechts geschossen? Foul! Penalty! Das gibt eine Penalty! Das gibt tatsächlich einen Penalty, oder? Du musst ganz so blöd schauen! Nnnnnnn! Marco Streller! Oh, Gott, ich habe schon Angst, dass ich ihn versäue. Shutdown! Yes, Marco! Wo ist Marco? Iniesta, den musst du machen! Oh, fuck! Weisst du, schon wieder ein Pfosten! Schau mal, wie er sich hier einfach alleine durchdrückt! Marco! Marco macht schon wieder ein Goal! 3-0! Ich weiss ja bald nicht mehr, wie er aufwärte! Ich muss auf Legenden gehen! Aus jeder Distanz tätscht er einfach drauf! Oh, oh! Huia! Schau mal den neuer Goal an! Was kann er denn nicht halten? Marco, spiel den Pass auf den Beil und dann setz dich durch! Ach, komm, Ja! Hihihihi! Yes! Da ist so ein von Percy Goal wie von der WM! Weisst du kannst sagen was willst! Wer ist der Man of the Match? Und wieso ist er nicht Käpt'n? Ich muss den wieder Käpt'n machen! Aber wer ist der Man of the Match? 9,7 Wertig! Marco Streller. Was läuft? 7 Aufwertungen diesmal in einem Spiel? Jetzt werden die Möglichkeiten ja unbegrenzt, wenn ich hier auf das Team noch 7 Aufwertungen machen kann. Das wird doch einfach nur noch gestört. Jetzt muss ich nur noch das zweite Game durchbringen und gut ist. Okay, das könnte schwer werden. Walkert, Lacassette und De Pei. Oder De Pei. Oder wie man das auch immer ausspricht. Dann einfach nur schnelle, schnelle, schnelle Spieler. Wie viel müssen denn noch auf das drauf, bis er den Ball verliert? Nein, 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 nein. Schau, du siehst genau die Problematik. Du siehst genau die Problematik davon, wenn einer schnell ist. Bitte kann ich abwertigen. Ja, logisch ist es ein schönes Goal. Fuck, Mann. Beil, was machst du mit dem Ball? Oh, auf den Marco, auf den Marco, komm. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Oh, Gott! Die eigene Dummheit. Alte, lahm, lahm, was machst du? Komm mit dem Goli raus. Ahhhh, 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 ahhhh. Alte, wie willst du das verteidigen? Wie willst du das verteidigen? Das ist doch einfach nur ein Witz. Das ist doch nur ein fucking Witz. Ja, als ob du das jemals könntest, in echt. Du hast doch keine Eiharmigen-Liegenstütze. Du hast die Körperform von einer Barbie. Alter, schau mal, mit was für einem Glück der teilweise verteidigt. Was machst du jetzt? Ey, jetzt vorderer Anfang einfach hinten reinstehen. Du bist doch ein Arschloch. Eher Marco, faul. Das ist doch ein Faul. Er bringt mich jetzt komplett zum Ausrasten, sag's euch. Wenn einer so spielt, dann werde ich richtig hassig. Nein, 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 nein. Geh einen auf den Dran. Zum Glück bist du zu blöd. Nein, 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 nein. Nein! Hört auf, euch gegenseitig zu behindern. Martin, du verdammt Doppel, jetzt konzentriert dich doch einfach. Okay, komm, jetzt mit dem Beil. Der mag das einfach rennen. Nein! Hey, jetzt spielt er einfach nur noch hinten rum. Ich habe keinen Bock mehr auf das, das muss ich mir nicht antun. Scheiss auf die Abwertung. Ich habe immer noch vier Aufwertungen. Ich weiss ja schon ganz genau, was ich mache. Können wir gleich zuschauen? Team of the year in Yesta. Team of the year Toni Kroos. Ich habe jetzt fünf Team of the year in der Mannschaft. Das ist völlig surreal. Ich habe noch dort in der Mitte, wo der Modric jetzt ist, würde ich gerne den Inform Rakitic haben. Das ist eine Aufwertung in zwei Spielen. Solange ich keine Abwertung hole, sollte ich safe sein für das Turnier. Stell dir mal meine Mannschaft vor. Verdammt, wenn ich nicht einen Rage Script gemacht hätte, hätte ich den Rakitic schon drin. Ich bin so blöd manchmal. Aber scheissegal, das spielen wir uns schon noch raus. Ich muss nur eine Aufwertung holen nächstes Mal. Eine einzige verdammte Aufwertung. Auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Tschüss! Okay, das ist nicht so geil, oder? Nein, Palten! Nein, Andrea! Was machst du? Weg! Aber das wäre es im Fall gewesen. Ich glaube, mit dem könntest du schneiden. Was ist passiert? Pack zu, schnell! Nein! Lass es los. Was passiert mit dem? Du hast es nicht einfach loslassen. Schau mal. Wegen dem haben wir noch ein Problem. Das Problem ist, wenn du einfach so rumschleudern. Schau mal, du musst es zu packen, Andrea. Mir wird es schlecht. Fuck, wie schneidet man denn... Was ist das überhaupt? Die Wirbelsäule? Oh, es ist raus! Warte, komm, wir stoppen noch schnell ins Blut nochmal. Nein, geh weg, du blöder Scheiss!